So, ich möchte gerne winken. Hallo, ich bin Sarah und ich unterrichte hier in der Swingtime den kreativen Kindertanz, inspiriert von dem Authentic Jazz. King Louis ist immer mit bei uns an der Seite. Und die Kinder, die schon in der Swingtime sind, mögen ihn sehr, sehr gerne. Und er wird auch immer herzlich begrüßt und kriegt ganz viele Umarmen. Genau, in unserem Unterricht steht natürlich die Kreativität an oberster Stelle, weil die Kinder sind alle noch sehr klein und fangen gerade an mit dem Tanzen. Und meistens ist der Authentic Jazz nicht weit. Meine Stunden sind so aufgebaut, dass ein Whop-Up stattfindet, wo die Kinder in die Stunde reinkommen, sich kreativ bewegen können. Und meistens starten wir mit einem Flugzeugtanz oder wir fahren mit dem Boot. Und natürlich darf der Spaß an der ganzen Sache nicht fehlen. Ganz viele Bewegungsspiele sind auch mit dabei, wo wir uns in verschiedene Schuhe verwandeln oder in Unterwasserwelten abtauchen.